Oliver Pocher mischt mit Mola Adebisi heiratet in Las Vegas Alle Welt spricht vom Super Bowl Doch zumindest Moderator Mola Adebisi dürfte einem anderen Ereignis, das am Wochenende ebenfalls in Las Vegas stattfand, noch größere Bedeutung zu messen. Der Moderator hat geheiratet, mit tatkräftiger Unterstützung von Kumpel Oliver Pocher. Aller guten Dinge sind drei und so verkündet Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi nun schon die dritte Frohekunde binnen weniger Wochen aus seinem Privatleben. Erst kurz vor Jahresende hatten er und seine Freundin Adelina Zilei bekannt gegeben, dass sie sich verlobt hätten. Im Januar folgte dann die Nachricht, dass Nachwuchs unterwegs sei. Und jetzt teilte der 50-Jährige mit, dass er und Zilei am Wochenende in Las Vegas geheiratet hätten. Adebisi machte die Hochzeit in der US-Zocker-Metropole in einer Story auf seiner Instagram-Seite publik. Demnach trauten sich er und seine 14 Jahre jüngere Partnerin kurz vor dem Start des Super Bowls in der Chapel of the Flowers in Las Vegas. Das sei unfassbar und schon crazy, erklärte Adebisi seinen Followerinnen und Followern. Wenn ihr was Unvergessliches erleben wollt, dann heiratet in Vegas, fügte er hinzu. Zur verrückten Trauung trug auch Adebises Kumpel Oliver Pocher bei, der in einem Elvis-Outfit gleich mehrere wichtige Aufgaben übernahm. Ich bin ja hier als Komplettpaket gebucht. Elvis, geistlicher und Trauzeuge. Wir hatten gerade noch ein Problem, Ringe vergessen. Ich hätte zu Hause noch zwei gehabt, die nicht mehr gebraucht werden, scherzte der Comedian mit Blick auf sein eigenes Ehe aus mit Amira Pocher im Interview mit der Bild-Zeitung. Fühlt sich gut an. Statt Ringen sei deshalb ein Band zum Einsatz gekommen, um die Verbundenheit des Paares zu symbolisieren. Die Zeremonie soll rund 20 Minuten gedauert haben und von einem echten Reviant zur Beglaubigung besiegelt worden sein.